Fertig zum Abtauchen? Eine Bibliothek mit Lesesessel, allerdings unter Wasser. Der Künstler nennt es Taucherparadies. Foto und Motiv sind von Frank Kunert. Das ist im Grunde so die Idee, dass man abtauchen kann in eine andere Welt. Also auch ein bisschen weg von den Problemen. Also es ist einfach so eine Oase der Ruhe. Dieses Modell hier diente als Vorlage für das Foto Kletterurlaub. Eine Anspielung auf geschönte Urlaubsversprechen in Reisemagazinen. Man schafft Illusionen im Studio und die dann eigentlich so wirken, als sei es echt. Und das finde ich immer wieder spannend. Und es ist ja auch dann ein Spiel mit der Wirklichkeit. Frank Kunerts kleine Welten in Bildern festgehalten. Mal komisch, mal makaber. Oft grotesk und skurril. Dieses Bild nennt er Fahrt ins Blaue, Ausgang offen. Im Bild abwärts kritisiert er Problemverdränger, die den Abgrund nicht sehen wollen. Ich möchte so die ganze Palette zeigen des Lebens von der Tragödie bis zur Komödie, dass eigentlich alles zusammengehört. Bevor er zum Fotoapparat greift, baut er Modelle seiner Motive im Atelier. Ob Bett, Waschbecken oder Topf, jedes kleinste Detail ist wichtig. Viele Miniaturartikel findet er online. Außerdem verwendet er für den Modellbau Knete, Spezialwerkzeug, Leichtschaumplatten und Farbe. Für besondere Anlässe kommen auch Spritzen zum Einsatz. Eine Flasche Rotwein soll den Einzug in dieses Apartment erleichtern. Wahrscheinlich steht sogar in der Immobilienanzeige so voll möbliertes Ein-Zimmer-Apartment. Und wenn der Interessent dann ankommt, dann erlebt er sein blaues Wunder. Inspiration holt sich Frank Kunert in der realen Welt. Er lebt im westdeutschen Woppert am Rhein. Unterwegs interessiert ihn weniger das Schöne, vielmehr alles, an dem die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. 1963 in Frankfurt am Main geboren, absolviert er nach dem Abitur eine Ausbildung zum Fotografen. Nach ersten Stationen als Werbefotograf beginnt er Mitte der 1990er Jahre mit seinen kleinen Welten, wie er sie nennt. Die Ideen kommen eigentlich durch den Alltag. Und das mischt sich dann mit Eindrücken, die ich irgendwo sammle. Wie zum Beispiel jetzt auch so Vergänglichkeit, die man so in den Spuren von Häusern sieht. Also, dass da schon Leben stattgefunden hat. Und das versuche ich dann eben in meine Bilder zu bringen. Schnelllebigkeit, Alltag und die Menschen mit ihren Sorgen und Träumen sind seine Themen. Diese Autobahnbrücke hat ihn zu seinem Foto unter der Brücke inspiriert. Nach der ersten Idee skizzierte er, wie das Modell aussehen könnte. Also wir sind hier an meiner Lieblingsautobahnbrücke. Und hier komme ich öfter mal lang. Und mir kam die Idee, dass ja in ganz Deutschland Wohnraummangel, gerade in den Ballungszentren gibt. Und wie wäre es, wenn man in den Brückenpfeiler in der Mitte ein kleines Häuschen baut. Das ist sozusagen ein Tiny House, was ja im Moment so voll im Trend ist. Und dann wäre doch so einiges an Problemen gelöst. Zurück im Atelier arbeitet der 54-Jährige an seiner Lösung für den Wohnraummangel. Zwischen zwei Wochen und drei Monaten investiert Frank Kunert in seine detaillierten Modelle. Alle im Maßstab 1 zu 20. Also manchmal frage ich mich auch, warum mache ich mir so viel Arbeit. Man könnte das ja heute viel einfacher haben mit Photoshop. Aber ich glaube, es ist der Weg. Es ist der Weg auch, die Dinge in die Hand zu nehmen, ihnen Leben zu geben. Ist das Motiv fertig, wird es fotografiert. Analog mit einer rund 30 Jahre alten Großformat-Kamera. So entstehen Fotografien mit herausragender Qualität. Auf Bildbearbeitung verzichtet er. Das Ergebnis veröffentlicht Frank Kunert in Bildbänden. Sein aktuelles Buch Lifestyle ist nach Wunderland und verkehrte Welt das dritte Werk des Künstlers. Es ist wie eine Bühne, die dann durch den Betrachter mit seiner Fantasie bespielt werden kann. Und das finde ich reizvoller, als wenn jetzt noch irgendwie zusätzliche Personen drin wären. Obwohl in seinen Bildern niemals Menschen auftauchen, beim Betrachten spürt man ihre Präsenz deutlich. Frank Kunerts kleine Geschichten bieten viel Raum zum Nachdenken. .